Die Beratung zur Wohnungsanpassung ist ein Angebot der Stadt Augsburg für alle Seniorinnen und Senioren, aber auch für jüngere Menschen mit Behinderungen. Wir von der Fachstelle Seniorenarbeit vermitteln Beratungstermine, Hausbesuchstermine mit Beraterinnen und Beratern. Bei uns geht es darum, dass wir so lange wie möglich und so gut wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen können. Wenn es zu einem Beratungstermin kommt, dann schaut man sich gemeinsam die Bereiche an, wo es Probleme gibt. Ganz oft geht es bei uns um gefährliche Stellen, Stolperschwellen oder einen Stockwerk, wo man irgendwie überwinden muss. Und die Beraterin, der Berater zeigt dann die Möglichkeiten auf, die es gibt. Es gibt meistens verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Probleme baulich verändern kann. Manchmal sind das Kleinigkeiten, kleine Schwellen, kleine Rampen, kleine Haltegriffe an der richtigen Stelle oder auch technische Hilfsmittel, Sensoren, Hitzemelder. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und manchmal sind eben halt schon auch größere Maßnahmen notwendig. Ganz oft geht es bei uns um das Badezimmer und die Beraterinnen und Berater, die zeigen dann auf, wie das Vorgehen in etwa ist. Also wenn sie sich für eine Maßnahme entscheiden, dann können die ihnen sagen, was die Schritte sind, worauf sie achten müssen. Wir informieren auch über Fördermöglichkeiten in dem Bereich. Und da kann man heute, glauben Sie mir, viel, viel mehr machen als früher. Die Beratung zur Wohnungsanpassung ist kostenfrei. Und unsere ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater, die können sich Zeit nehmen dafür. Die setzen sich mit ihnen zusammen und denken dann gemeinsam darüber nach, wie kann man es am besten hinbekommen.